Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotchela und schon bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Transmog Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder um ein schickes Umhangteil. Diesmal sind wir nicht in Madraxos, sondern in Revendreth und dementsprechend bin ich auf meinem Venture Monk, um euch einen schicken Umhang zu zeigen. Und zwar schimpft sich der Mantel der Dunkelklingen des Schmiedemeisters. Und ihr seht schon hier in der Vorschau, es sieht sehr, sehr cool aus. Wir können das mal anziehen. Wir haben dann quasi solche Klingen auf meinem Rücken, die so ein bisschen frei schweben oder so halb dranhängen. Und es sieht sowohl von hinten als auch von vorne echt ganz cool aus, wenn die NPCs hier nicht durch mich laufen würden. Also macht definitiv was her, vor allem jetzt in der Kombination mit dem Venture Set, das ich durch die Kampagne bekommen habe. Einige Teile davon habe ich mit dem Twink an. Ich habe sie tatsächlich nicht getransmoggt, sondern sie sind halt besser als das, was ich mit dem anhab. Und ja, auf jeden Fall ein schickes Teil und wo ihr das hergibt, will ich euch mal zeigen. Und zwar müsst ihr dafür am besten Venture sein, denn wir müssen einen Rare beschwören, den wir über den Animal Conductor beschwören können. Und zwar brauchen wir den Animal Conductor auf Stufe 3. Ich selber habe ihn erst auf Stufe 2 mit meinem Twink. Und wir müssen das Animal hier hinleiten zur Herrschaftsburg Sorum, dass ich es nur rausbringe. Also hier müssen wir es hinleiten. Und wenn ihr das getan habt, wie gesagt, den Animal Conductor braucht ihr auf Stufe 3. Dann müsst ihr einmal 1.000 Animal, einmal 5.000 und einmal 10.000 zahlen, dass ihr ihn auf Stufe 3 kriegt. Und dann leitet ihr das hier hoch, und zwar zu dem Char hier, zu Schmiedemeisterin Madalav, oder Schmiedemeister Madalav, der ist männlich. Ich dachte immer, es ist weiblich, aber er ist männlich tatsächlich. Und der kann dieses kosmetische Item droppen. Ich habe jetzt auf WoW Head mal ein bisschen geguckt, beziehungsweise hier beim Add-On. Das Add-On sagt jetzt nicht, dass man Venture sein muss. Ich habe mir halt dann immer jemanden gesucht, der ihn beschwören kann. Und mit umgeklopft, also 2-3 Leute braucht man schon. Der ist jetzt nicht so ein 100k Rare, sondern ich glaube, der hat 7-800k Leben. Haut schon ganz gut raus. Hier sind auch lauter Elite-Mobs. Also eine 5-Mann-Gruppe tut sich, denke ich mal, ganz einfach. 2-3 Leute sollte man schon sein, wenn man umboxen will. Alleine wird es eine sehr, sehr zäh Angelegenheit. Der haut schon ordentlich raus, das kann ich euch sagen. Ich habe es jetzt dann aber auch hier mit meinem Venture Char gekriegt. Ich vermute, das Add-On sagt hier nicht explizit, man braucht einen Venture Char. Ich vermute, es können auch andere bekommen. Laut WoW-Head hat das Ding eine 10-prozentige Drop-Chance. Also nicht allzu schlecht. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, haben halt noch nicht sonderlich viele Leute in Anima Conductor 3. Dementsprechend hat man weniger oft Gruppen drin. Euch kann ich empfehlen, wenn ihr sucht, hier einfach ins Tool zu gehen, mal da einzugeben, okay, da ist jetzt keine Gruppe drin. Und dann, wenn ihr was findet, hier hochzulaufen. Man kann hier hinfliegen, Aufzug nehmen, gerade durchlaufen. Hier sind halt sehr viele Elite-Mobs ein bisschen aufpassen und ihn mit umklopfen und mit ein bisschen Chance oder ein bisschen Glück habt ihr dann auch diesen schicken Umhang. Gut, das war es, was ich euch dazu sagen kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das weitergeholfen. Und ich werde jetzt, glaube ich, den Umhang mal fix transmogen, beziehungsweise das Gear auch, weil das doch nicht so schlecht aussieht für den Twink. Dann ist der nämlich auch mal verräumt und nicht nur mein Main quasi getransmogen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.